Ford wird wieder spielbar, nämlich vom 28. Februar bis zum 3. März. Über diesen Zeitraum wird Ford nämlich über eine neue Alpha spielbar sein. Wie ihr an dieser teilnehmen könnt und viele weitere Neuigkeiten, die gedroppt wurden, als ich gerade im Urlaub war, werdet ihr in diesem Video erfahren. Außerdem gibt es seit einer Weile wieder eine neue Cinematic, denn zum Replay-Mode, also dem Kino-Modus von Ford, gibt es auch Neuigkeiten. Macht euch gefasst und seid vor allem schnell, denn bereits morgen am Samstag werden 10.000 Alpha-Keys wieder einmal vergeben. Dafür müsst ihr wieder auf die Webseite von Ford gehen, nämlich auf Playford, und euch dort mit einem Account registrieren oder anmelden, wenn ihr das bereits getan habt. Dann könnt ihr euch, wenn ihr sehr schnell seid, einen Key holen. Die ersten 10.000, die sich halt den Key schnappen, haben dann einen. Für diejenigen, die sich bereits über die Indiegogo-Kampagne einen Holiday-Key und den Early Access gekauft haben, ist das nicht relevant. Ab morgen, dem 22. Februar, wird dann ab 1 p.m. EST, also etwa um 7 nachmittags bei uns, der Zugriff auf die Keys gewährleistet. Also seid ab dann auf jeden Fall am Start und gönnt euch so einen Key. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu dieser geschlossenen Alpha sollen nämlich auch noch vor dem Early Access eine Open Alpha kommen. Dann können nämlich alle, die wollen, an der Alpha teilnehmen. Wie genau das funktioniert, haben sie noch nicht bekannt gegeben, das konnte man nur in einem Stream von ihnen heraus hören. In letzter Zeit gab es sehr viele Neuigkeiten zu Ford, so zum Beispiel die Überarbeitung der Helden-Kids. Von nun an hat nämlich jeder Held vier aktive Fähigkeiten und eine passive, also so ähnlich wie wir es aus Legacy-Zeiten kennen. Aktuell wird also daran gearbeitet, die ganzen Helden-Kids neu zu gestalten. Und zusätzlich soll auch ein erster eigener Held, also komplett neuer Held, ins Spiel gebracht werden, den es noch nie in Paragon gegeben hat und auch kein Konzept vorher bestand. Des Weiteren, wie man vielleicht schon bemerkt hat, wird gerade hart daran gearbeitet, das Spiel visuell attraktiver zu gestalten. Item-Icons werden jetzt von richtigen Künstlern überarbeitet und Animationen ebenso. Dies ist nur möglich durch das Geld, das das Team durch die Kampagne bekommen hat. Des Weiteren steht bereits vieles, vieles mehr in Planung. An einer Playstation-Version soll vielleicht schon demnächst gearbeitet werden und ungefähr im Sommer diesen Jahres soll Ford sogar eine komplett neue Map bekommen. Wie sich das auf das Spiel auswirkt, betrachte ich im Moment noch etwas skeptisch, denn Paragon hat ja damals auch eine komplett neue Map bekommen, aber nicht in diesem frühen Stadium. Vielleicht tut das diesem Spiel also besser als Paragon. Des Weiteren wurden viele Bugs gefixt, Helden-Stats wurden angepasst. Doch was ich besonders ziemlich cool finde, ist, dass der Replay-Modus fertig ist. Oder nicht unbedingt fertig, aber er funktioniert. Die Spiele sollen von nun an gespeichert werden können, jedoch müssen sie immer noch an der UI und an Crashes arbeiten, denn wie wir das schon aus Paragon kennen, hat der Kino-Modus auch damals schon relativ häufig Bugs gehabt. Daran müssen sie jetzt noch arbeiten, aber er ist auf jeden Fall schon mal drinne. Und dafür auch wichtig ist Controller-Support. Denn wenn es wie in Paragon ist, dass es keine Keyframes gibt, also um Cinematics zu machen, dann ist es besonders wichtig, mit dem Stick vom Controller, smooth Kamera-Animationen zu erschaffen. Das ist gerade für meinen Kanal super cool, denn dann kann ich wieder coole neue Cinematics machen und meine Ford WTF Moments Serie weitermachen. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr epische Plays raushaut, lustige Momente erlebt, Glitches oder andere kuriose Momente im Spiel erlebt, dann sendet mir eure Replays, wenn das zu der gegebenen Zeit möglich ist. Dann kann ich die nämlich in meine Ford WTF Moments Serie, die von A-Let's Paragon WTF Moments Serie inspiriert wurde, mit einfügen und verbessern. Zur Feier des neuen Kino-Modus seht ihr jetzt auch eine Paragon Cinematic, die ich in meinem neuen, besseren Bearbeitungsstil remastert habe. Viel Spaß mit dieser, ich hoffe ihr nehmt die Informationen zu gutem Nutze und holt euch euren Key. Wenn ich euch damit geholfen habe, dann lasst doch gerne ein Abo da, so verpasst ihr auch in Zukunft nichts mehr zu Neuigkeiten rund um Paragon 2. Bis dahin, ich bin raus, viel Spaß mit der Cinematic. Bis dahin, ich bin raus, viel Spaß mit der Cinematic. Bis dahin, ich bin raus. Bis dahin, ich bin raus, viel Spaß mit dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017